Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Format auf meinem Kanal, in dem ich euch Infos über verschiedene Ameisenarten oder Gruppen gebe. Heute geht es um Ameisen. Die Ernteameisen ernähren sich, wie der Name schon andeutet, hauptsächlich von Pflanzensamen oder auch von Insekten, zum Beispiel Paarflüglern. Was wichtig ist bei der Haltung oder auch einfach so, ist, dass die Mesoarten oder generell die Ernteameisen stark Polymorphismus betreiben. Das heißt einfach so viel, dass es verschiedene Kasten gibt, also zum Beispiel die Media-Arbeiterinnen oder die Mayo-Arbeiterinnen, die sich halt hauptsächlich durch ihre Größe unterscheiden. Die großen Arbeiterinnen, also die Mayo-Arbeiterinnen, sind dafür zuständig, die Körner zu knacken, während die kleineren Arbeiterinnen dazu, also die Media-Arbeiterinnen dazu da sind, die Körner zu zerkauen. Ja, speziell bei den Ernteameisen ist es so, dass der Stachel sehr zurückgebildet ist und die sie hauptsächlich beißen, also mit ihren Bibeln sich gegen andere Arten behaupten. Ja, für die Haltung ist es wichtig, dass die Mesoarten normalerweise in Steppen oder Halbwüsten heimisch sind. Das heißt also, der Bodengrund oder halt der Arenagrund sollte sandig sein oder eben halt trocken auf jeden Fall. Sie brauchen es also nicht so feucht wie zum Beispiel jetzt Mimikarupra oder so. Auch im Nestbereich muss es nicht ganz so feucht sein. Man sollte allerdings darauf achten, dass die Mesoarten durch ihre starken Mandibeln in der Lage sind, auch zum Beispiel Gips abzutragen und so zum Beispiel in einem Gipsnest eigene Gänge anlegen könnten, wenn es zu klein wird. Ich halte mir momentan noch keine Mesoart, aber aus den verschiedenen Ameisenforen kann ich entnehmen, dass es auf jeden Fall eine sehr gute Einsteigerart ist, weil sie ein sehr interessantes Verhalten zeigt, dass sie Samen sammelt und die in ihr Nest trägt und dort eben große Vorratskammern anlegt.